Hallo, herzlich willkommen hier in Düsseldorf vor unserem Riesenrad Bellevue 2.0. Wir sind ganz besonders stolz, Ihnen das präsentieren zu dürfen. Wir haben seit 1896 Riesenräder in unserer Familie, seit 1848 sind wir im Schaustellerwesen tätig. Meine Tochter steht schon in den Startlöchern. Sie wird die Generation, sie wird den Betrieb weiterführen. Wir freuen uns darauf, Ihnen heute das neue Riesenrad Bellevue etwas näher bringen zu dürfen. Auch ich heiße Sie in unserem Bellevue 2.0 herzlich willkommen. Neuer Glanz im alten Charme. Ich freue mich nunmehr in siebter Generation die Tradition fortführen zu dürfen. Hinter mir sehen Sie eine unserer neuen Gondeln. Alle 42 Gondeln sind rollstuhlgerecht, verfügen über gepolsterte Sitzbänke, haben ein Onboard-Soundsystem, sind klimatisiert und beheizbar. Also hier sind wir jetzt in unserem neuen Fahrstand vom neuen Riesenrad Bellevue 2.0. Wir haben hier Zusammenarbeit mit Siemens, eine ganz neue Steuerungstechnik verarbeitet, mit einem neuen Display, das uns hier die größtmöglichen Informationen gibt über den Ladezustand, Betriebsdauer und so weiter hier im Riesenrad, mit wem wir die notwendigen Informationen haben zum Fahrradablauf, wie der Belegungszustand ist, welche Gondeln besetzt, welche nicht. Wenn wir evakuieren müssen, sodass alles immer schön im Überblick visuell vorhanden ist. Das Geschäft ist bis auf den Stahlbau ist hier alles neu. Alles, was mit Elektrik zu tun hat, alle bewegten Teile sind komplett erneuert. Von daher ist Bellevue 2.0 der richtige Begriff für ein neues Haarerlebnis in Sachen Riesenrad. Wir haben in unserer Bellevue 2.0 vier neue, energieeffiziente, nahezu geräuschlose Motoren verbaut. Diese sind sogar in der Lage, die Bremsenergie zurückzugewinnen und damit die Klimaanlagen und die Beleuchtung teilweise zu versorgen. Die Bremsen-Land-Kreises hat sich lieber in der Latte aus, eine Kaffeeeres-Land-Kreises zu geliehen und in der Welt von der Welt, aber die Faculty bewegten ist sicherlich nicht möglich. Das Geschäft ist der vierte Lade, dieайтесь über die Leute, 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 die Leute anliegen. In der Welt, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute. Die Leute, 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 die Leute zum Beispiel, die Leute auch zu Hause zusammengehangeln. Untertitelung. BR 2018